Und so, Bistro Francais, mein Lieblingsrestaurant aller Zeiten. Als Bistro Francais 1975 gegründet wurde, war es das erste Restaurant in Georgetown, das nach 22 Uhr vollständiges Abendessen und Wein bot. Mittagessen wurde 11 bis 16 Uhr mit kleinem Hauptgericht, Suppen, Salaten und Sandwiches angeboten. Von 11 bis halb 14 Uhr boten sie ein preiswertes Menü an. Das Vorspeise, eine Auswahl aus Hauptgericht, Nachttisch und ein Glas Tafelwein enthielt. Abendessen war von 16 Uhr bis Mitternacht erhältlich. Zu den Spezialitäten gehören Hundchen mit Pommes frites, Lachs mit Spinat, Entenbrust in Honiggläser mit Reis, Lammsteak mit Kartoffeln und Kronenbohnen, Fischer, Entgräten in Zitronenbutter und Engussteak und Rotweinsauce mit Pommes frites. 16 Uhr bis 18 Uhr und 22 Uhr bis Mitternacht boten sie noch ein paar preiswertes Menüs sowie Mittagessen. Vorspeise, Hauptgericht, Nachttisch und Wein zu einem Preis. Servieren sie Gäste immer für mindestens eine Stunde nach dem Ende des täglichen Spiritosenverkaufs mit einem speziellen spätabendlichen Kater von Mitternacht bis zum Schluss. Spezialitäten sind französische Zwiebelsuppe, Hundchen, Omelette und Eier-Benedigts. 1991 nahm ich eine Position als Kellner ein. 1993 war mich der Besitzer, Ober zu werden. Es gibt immer eine kleine Anzahl deutscher Reisegruppen, die in unserem Restaurant gegessen haben. Als ich 1991 als Kellner begann, waren sie im Sommer vielleicht 30 bis 35 deutsche Touristen pro Woche. Nach zwei Jahren des persönlichen Wartens auf diese deutsche Gruppen war ihre Zahl auf 100 bis 150 pro Woche gestiegen. Zu dieser Zeit wurde ich sie Obst, Ober genannt. Und durch meinen letzten Sommer 1999 servierten wir über 800 touristische Mahlzeiten pro Woche. Und von 16 bis fast 23 Uhr Montag bis Donnerstag und manchmal auch Freitag sprach ich nur Deutsch. Die Reiseleiter präsentiert mir mit einem Zertifikat, aus dem Herr vorgeht, dass ich von fast jeder deutscher Touristin-Großmutter zum Lieblingsgewalt werde. Echte Essen, günstige Präsen, Atmosphäre, das sehr gemütlich ist, lasst unsere Gäste immer zurückkommen. Aber leider schloss das Bistro Francais 2016 endgültig nach 41 Jahren. Und hier im letzten Foto, viele der Mitarbeiter der letzten 41 Jahre versammeln sich in der letzten Nacht, um Tribut zu zahlen und Erinnerung und gute Zeiten zu teilen. Vielen Dank. Das ist mein Lieblingsrestaurant. Vielen Dank.